Musik Trastolje, das heißt meine Heimat. Und Trastolje wird uns jetzt etwas aus unserer Heimat spielen, musikalisch. Und zwar eine Bourree von Bach. Ein wunderschönes altes Stück und ich habe das also mal von ganz anderen Instrumenten gehört. Aber die Balalaika verzaubern das noch einmal auf ihre Weise. Dann folgt etwas, was Sie alle auch kennen von Johann Strauss, die Trittstratschpolka. Hervorragend geeignet für diese Instrumente, da geht richtig so die Post ab, möchte man sagen. Und dann kommt etwas von den Quälgeistern, den Mücken im Wald. Und dann merkt man mal, wie vielseitig dieses Instrument ist. Und so fängt man an, die schwirren da musikalisch durch den Raum. Musik 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 Amen.